guten morgen guten morgen soja heute starten wir mal so weil aktuell noch ein windows update läuft und ich habe noch keine ahnung wie lange der scheiß noch läuft ja kein plan deswegen starten wir erst einmal die runde und gucken ob man ein paar ziegen finden weil ja haben wir gerade nichts zu tun das ist scheiß windows update ohne mist ich weiß genau dass es wieder in die hose gehen wird und deswegen lassen wir es jetzt einfach mal hier so laufen leute 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 wir gucken mal falls es hier dann doch vielleicht endlich mal zum ende kommt dann können wir immer noch switchen noch was anderes haben wir spielen immer noch das spiel suche den ziegenbock normaler diesmal finden aber hier ist irgendwie wieder mal keiner fährt habe ich gefunden vor allem den esel gehört den esel sehe ich nicht was das bot scheint nicht schlecht zu sein aber jetzt sind ausnahmsweise nicht viele spieler da ist aber auch kein viech und nix doch da Da ist eine Spur. Ah, wie der Pferd. Da unten ist es. Ja, lauf, Fury. Wie läufst du denn? Da ist er. So, Thema erledigt, Pferd. So. Ich will aber nicht Pferd, ich will... ...Zige. Erfolge Pferd, ja. Nicht das Tier, das ich möchte. Nicht das Tier, das ich suche. Also Pferd haben wir jetzt schon zweimal. Immer nur Pferd, keine Ziege. Wir suchen keine Ziege. Möchte Ziege. Möchte mal ein Windows-Update. Oh, er hat es fertig. Ich werde verrückt. Hoffentlich installiere ich das jetzt auch vernünftig. Flut füllen. Das hat er runtergeladen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich fühle mich eher wie der Zombie, das ich vorhin geschrieben habe. Ich glaube, wenn man die Spuren untersucht, dann kriegt man besseren Skill, ne? Ich habe den Gaul niedergeballert. Da liegt er. Ich habe den Gaul niedergeballert. Vorrangig war. Ja, ich war heute schon bei einem Termin. Ich musste zum Arzt, sonst war notfallmäßig. Es war nicht so toll, weil mein Ohr-Implantat gemeint hat, so, du Arsch, jetzt habe ich mal die Schnauze voll. Jetzt fange ich mal brutal an wehzutun. Ja, da gebe ich dir recht. Frös ist es geil. Jetzt kann ich endlich mal die blöde Ziege suchen. Ich habe ja den Verdacht, dass das eh mit so vielen Leuten einfach die Tiere wirr auf der Map verteilt. Und nachdem ich mir gestern in VR schon die Hosen voll geschissen habe, hat mir das jetzt gereicht. Nebenbei macht Windows wieder drei Millionen Updates. Sehr klar. Ich habe hier ein Riesenpotenzial, dass nichts mehr geht. Ja, so halbwegs. Also, der hat mir jetzt einen Haufen, der hat alles sauber gemacht, der hat alles desinfiziert. Haufen Salbe und so ins Ohr geschmiert. Und jetzt habe ich so Reinigungsalkohol bekommen. So, ich will den beknackten Esel. Der will mich nur trollen. Aber ich habe den Scheiße schon ewig. Also, deswegen habe ich ja meistens nur einen Knopf im Ohr. Na, rechtes Ohr kaputt, Nick. Oh. Jetzt gehört habe ich. Was sehen tue ich denn wieder nicht. Kuckuckuck, der blöd man wieder ist. Ist natürlich für das räumliche Hören immer ziemlich schwierig für mich. Aber da hat man es ja schon mal drüber, dass du deine Ohren schonst. Kann ich nur jedem empfehlen. Für mich ist es halt so, wie wenn ich die ganze Zeit ein Ohrstöpsel im rechten Ohr hätte. Einen ganzen anderen Scheiß mal abgesehen. Aber man lernt, mit allem zu leben. What the heck? Wo ist dieser Esel? Ich wünsche mir an der Rennbahn, das gibt es ja gar nicht. Der blöd Mann, der Depperte. Ja, welch ist er? Ich glaube auch. Ist schon ziehe gekommen. Da will schon blöd ein Esel. Da unten liegt der andere Gaul, den ich vorhin zerlegt habe. Ist ja auch keine Spur und nichts. Fort ist er wie ein Burscheidkappe. Ach, jetzt installiere ich das. Toll. Gleiche Nummer hat der Kackesel vorhin schon mal abgezogen mit mir. Ich glaube, der will mich nur trollen. Okay, jetzt wieder ein Neustart. Das war ja klar. Arschlochkanone. Wenn ich das jetzt mache, geht wieder gar nichts mehr. Äh... Klappe zu. Jetzt kein Neustart. Kumulatives Update 22h2. Kannst mich mal. Machen wir jetzt nicht. Da ist nur das Pferd, das eine. Das andere Licht war da vorne. Es ist doch echt zum Scheiße brüllen. Da liegt das andere Pferd. Da ist doch was gelaufen. Ach nee, das war der Gaul, der umgefallen ist. Alles klar. Mach's gut. Schönen Tag dir noch. Der Kopf. Guckt euch das mal an hier. Das sieht total komisch aus. Das ist ja so, wenn der Gaul vom Auto überfahren wird. Und der Kiefer unten ist oben. Das ist ja... Uh... Sonst erteilen wir das Pferdi. Gibt noch Platz. Das gibt Muckis. Ich stecke immer mal ein Stück Melone in die Brusttasche. So, jetzt habe ich zweimal grinsendes Pferd dabei. Ja, leg dich mal hin. Das ist ja fixe fertig, gute Frau. Das ist schon ein bisschen komisch, dass man hier gar nichts findet. Geht schweres Fenster auf fürs Windows-Update. Jetzt kommt die Quizfrage. Soll ich es machen oder soll ich lieber warten? Was ich es mache, brauche ich ein paar Minuten. Oh, hallo Zombie. Na du? Was willst du denn? Komm her. Auf Wiedersehen. Ja, ruhe ich erst mal aus. Steht und der jetzt eigentlich hier oben rum. Wollt der für mich die Ziege jagen. Der Hirsch. Genau, jetzt ist mein Steinmesser kaputt. Stell ein Steinmesser bauen. Nee. Da war doch gerade. Wo ist es denn jetzt? Stell ein Steinmesser. Ich werde auch gleich mal Steine aufheben können. Ich werde auch gleich mal Steine aufheben. Oh, man kann Schuhe reparieren. Ja, das ist die Frage, machen wir das Update durch, oder? So, mal kack, zieh, geht es weiter. Oh, das war tief. Na, das ging noch. Jetzt mit Hunger aus. Passt noch. 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 Da ist aber nirgends wo was. Da ist aber nirgends wo was. Ich hab das Spiel für mich einfach trollen. Es gibt gar keine Ziegen mehr, ich hab sie alle ausgeschaltet. Ich hab das nicht gesehen. So. Er hätte ja alles eingehen können, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 So, einmal im Drift So, einmal im Drift Boah, ist keine Ziege. Ja, hätte das sein können, mal ein Versuch, Berth. So, fahren wir mal rüber, ne? Auf der Brücke war auf jeden Fall jemand. Er ist kein einziger Zombie. Puppet, wie auch immer. Puppet, wie auch immer. Hm, ja, ich habe immer noch keine Ziege gefunden. Aber, ja, was soll's. Puppet, wie auch immer. Nein. Oh Gott. Ne, ich habe echt gar keine gefunden. Kein Ziege. Kein Ziege. Aber, ja, was soll's. Ich mache mich auch nicht verrückt. Da bin ich gespannt. Geldautomat hier. Habe ich gelesen, dass sie da was machen. Ja, das sind sie manchmal auch. Aber, ich sage doch, ich mache mich da nicht verrückt. Ich bin da ganz entspannt. Komisch sind auch gar keine Zombies gerade. Ja, ATM, das habe ich nämlich vorher auch schon gesehen. Ah, doch, da ist einer. Ah, ja. Ah, da hat einer. Schreianfall. Ja. Ah, da hat einer. Das war dumm. Ich bin da rausgelaufen, wie ich um die Ecke gefahren bin. Kumpelino. Mal gucken, irgendwo ist die Straße. Ich bin richtig. Alles chillig, sage ich doch. Alles chillig. Ich lasse hier eh nebenbei nur das Windows-Update laufen. Das Zege kann mich mal. Ich habe zwei Pferde erschossen da unten. Ja, an der Bahn. Darüber, guck mal was. Hat einer so ein Hütchen gebaut. Mal vorbeischneiden. Hier mitten im grünen. Brunnen nebendran. Sieht schön aus. Gefällt mir. Jetzt fahren wir da oben dann westwärts. Ja, wie gesagt, das mit diesen Ziegen, das geht mir langsam einfach nur auf die Nüsse. Das ist deswegen jetzt auch keine Nerven mehr für. Wer im Arsch trifft. Wenn ich eine sehe, sehe ich eine, wenn er dann halt nicht. Ist mir jetzt auch egal. Jetzt fahren wir erstmal die Karre wieder heim. Wenn die Karre daheim ist, werde ich wahrscheinlich erstmal den Stream kurz stoppen. Und das Windows-Update durchlaufen lassen. Und dann gucken, was ich reparieren muss. Da kann ich da wieder alle dazu holen. Aber sonst hoffe ich doch alles gut bei euch. Jetzt fahren wir hier durch. Wollen wir mal gucken. Äh, müssen westwärts weiter. Oh, da wird der Gang neu gewürscht. Jawoll. Gute Frau, was machst du denn mit dem Auto? So, jetzt sind wir da. Ach, straight westwärts. Abgerüttel. Außen hat es einen Nebel wie Mist. Survival. In A1 kommt ein Drop. Das ist ganz auf der anderen Seite. Ich habe eh nichts dabei. Das ist mir auch ehrlich gesagt wurscht. Rennen, rennen, rennen. So, mittendurch. Da ist die Straße. Ne, zum Bunker wollte ich nicht. Das ist... ich selber verwirrt ich muss zurück glaube ich bin vorbeigeböller war die ganze zeit unterwegs jetzt was ich schon selber nicht mehr wo wir wohnen vorne ist doch das glaube ich jetzt habe ich wieder mal geschafft das war wieder par excellence falsch abgebogen Eww Eww da sind wir zu hause jetzt sind wir richtig sagt ob ich falsch abgebogen doch Pferdeköpfe haben wir genug. Da hängt Reh. Guck mal, ob schon jemand Ziege hat. Aber ich glaube es fast nicht. Nee, aber Mensch hätte ich jetzt. Den können wir noch hinhängen. Mensch und Ziege fehlt noch. Nö, da ist auch nichts. Boah, ist das ein Haufen Scheiß schon wieder. Da ist sie mir 40 graviert. Sie hackt, sie hackt. Nochmal graviertes. Gucken, ob jemand mittlerweile die M1 gefunden hat. Killbox-Equipment ist immer noch gleich. Langwaffen. AK, AK. Nee, keine M1 drin. Nee. 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 Geht es nicht mit dem Kopf? Puppet Kopf. Will der wirklich einen Menschenkopf? Muss das ein Menschenkopf sein? Was hat er denn? Menschlicher Kopf. Ach, scheiße. Jetzt geht der Puppet Kopf nicht. So, nehme ich ihn in die Hand. Das ist doch scheiße. Ja gut, dann ist hier jetzt erst mal Schalaus. Ist jetzt ein Stoff wechseltechnisch aus. Blase ist voll dick da. Ich würde mal sagen, wir trinken nochmal einen Schluck. Ich habe den Kopf nicht geschmissen. Ich habe den Kopf nicht geschmissen. gut hier machen wir jetzt ende raten tue ich jetzt mal nicht ich komme ja gleich wieder aber ich mache mal ende und können uns dann gleich wieder sehen würde ich sagen wie gesagt ich muss jetzt erst mal hier das ganze update geraffelt durchfahren und dann schauen wir weiter also dann bis später ciao ja ja ja